Der Gigant 3000 vereint eine Drainmaschine und eine Spezialkrabenfräse zur Grundwasserabsenkung für höchste Anforderung in einer Maschine. Ein Sechszylinder Cummins Motor mit 261 kW verleiht dem Gigant auch in schwierigen Böden genügend Drehmoment für wirtschaftliches Arbeiten. Für den Drainagebetrieb sind Arbeitsbäume in unterschiedlichen Längen verfügbar. So sind Drainagetiefen von 0 bis 3 Meter realisierbar. Die konstante Tiefe wird hierbei über eine Laser-Nivellier-Automatik gesteuert. Durch die ausgeklügelte Kopplungseinheit verwandelt sich der Gigant mit wenigen Handgriffen in eine Spezialgrabenfräse zur Grundwasserabsenkung. Je nach Arbeitsbaumausführung sind hier Grabentiefen bis zu 6 Meter möglich. Ein elektronisches Pendel hält den Arbeitsbaum automatisch auf 90 Grad und entlastet so den Fahrer. Die Tiefensteuerung übernimmt hier ebenfalls die Laser-Nivellier-Automatik. Das pendelnde Raupenfahrwerk D4 mit hydrostatischen Einzelantrieben verfügt über einen Hangausgleich und ist um 11 Grad je Seite kippbar. Der Oberwagen wird durch die Elektronik immer in Waage gehalten. Dadurch ist der Gigant auch auf schwierigen Böden mit Gefälle stets einsatzbereit. Um enge Kurvenfahrten zu ermöglichen, ist der Oberwagen um 10 Grad je Seite schwenkbar. Damit stets eine gute Sicht in Fahrtrichtung und auf den Arbeitsbaum gewährleistet ist, ist die Fahrerkabine stufenlos hydraulisch um 90 Grad schwenkbar. Für beide Arbeitsbäume stehen verschiedene Kieschächte zur Verfügung, die eine Bekiesung nach Kundenwunsch ermöglichen. Optional werden für den Gigant verschiedene hydraulische Haspel-Systeme angeboten, die nach Kundenbedürfnissen an die Maschine angebracht werden. Ebenfalls optional ist ein Transportkorb erhältlich, der die Mitnahme von bis zu fünf Drainagerollen ermöglicht. Auf Kundenwunsch kann der Gigant mit einer Grabenvorfülleinrichtung ausgestattet werden, mit der man leichte Vorfüllarbeiten bei einer Grabentiefe von ca. 1,50 Meter durchführen kann. Hüntelmann. Hinter guten Produkten steht immer ein gutes Team.